Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind bei der nächsten Runde Smash gegen Tyva. Der hat sich auch freiwillig erklärt, hier auch mal gegen mich zu kämpfen und so, da wir mich weghauen, einfach runterhauen. Ich habe ihn gerade ein bisschen eingeführt in das Spiel und ich hoffe, die Einführung tat gut. Wird immer gut. Und wir machen wieder dasselbe so, ähm, nee, gar nicht dasselbe. Es ist ein neues Spiel, das habt ihr noch gar nicht auf meinem Kanal gesehen. Verdammte Scheiße. Das wollte ich mal so neben Super Jump auch noch spielen, weil Super Jump habe ich jetzt so ziemlich keine Gegner mehr. Äh, deswegen machen wir das jetzt mal, ja. Ist ein geiles Spiel, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Nö, ich mach die Shader rein. Und ich will lernen, wir legen los mit Fortress. Es ist, ähm, Prinzip, vom Prinzip her, bist du, kommst du auch rein? Ach ja, da ist er. Na klar. Es ist genauso wie, ähm, Super Smash Bros. Also, man muss sich halt hier runterhauen, man hat drei Leben. Und wir machen insgesamt drei Folgen. In jeder machen wir eine Map. Und wer halt zwei von drei gewinnt, aber vielleicht machen wir auch nur zwei Folgen. Wenn ich direkt zwei gewinne oder er direkt zwei gewinnt, dann machen wir nur zwei, dann ist es ja klar entschieden, ne? Von daher, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei und ich wünsche dir viel Glück. Danke, ich hoffe, ich schlage mich besser als bei Super Jump. Ja, hoffe ich auch. Ach, ich denke schon, dass du ein guter Gegner sein wirst für mich. Das habe ich bei Super Jump, hat das auch jeder gedacht. Ja? Ja. Wo bist du denn hingegangen? Ich verstehe das Leben nicht mehr. Komm her! Oh! Nein! Nicht retten! Retten ist unfair! Cheater, Cheater! Alter, wie er durchgegen fliegt. Als könnte er ja irgendwie fliegen oder so. Warum ziehst du dir nichts ab? Au! Ja, du musst mir mal so ein bisschen vorahnen, wo der andere dich hinbewegt. Hey. Weil, ist halt so. Nein, nein! Boah, ich bin mir fast runtergefallen. Okay, alles klar. Nichts drum, Affen. Konzentrieren. Ich bin deswegen runtergefallen. Und Gegner töten. Was? Gegen konzentrieren? Ne, eben nicht. Was war das denn? Wer are you? Also, es gibt hier schon Maps, die sind größer. Und die hier ist ein bisschen größer. Aber wir rocken das trotzdem. Wir schaffen, wir finden uns ja öfter mal. Hallo. Ach. Im Prinzip ist das einfach ein Draufhau-Spiel. Oh, Alter, da ist er weggeflogen. Ach. Das schafft er nicht mehr, oder? Alter. Knapp. Knapp, knapp. Na ja. Na ja. Na ja. Wir werden die Maps auf jeden Fall auch einfach so durchgehen, wie wir uns. Da ist jemand runtergefallen? Zum Glück sind wir gerade, also wir spielen ziemlich spät am Tag und daher sind wir sozusagen fast alleine. Im Server muss ich, dass immer Leute joinen. Ja, das ist auch gut. Ich hab dir da eine Druckplatte hingelegt, falls du da drauf treten willst. Danke. Bitte, bitte. Könnte aber sein, dass es explodiert. Also, ich hab's nicht getestet. Wo bist du denn? Hey, Mann, wie komm ich denn da hoch? Ja, wenn ich... Ah, so. Ich verstehe. Cool. Ich komm, ich such dich jetzt. Ich werd dich so töten. Nö, ich da runterspringen. Ins Loch ist immer eine ganz schlechte Entscheidung und Option. Ich seh deinen Namen gar nicht. Deinen auch nicht. Wer are you? Ich hübli-dübli hier. Ich wär hier fast runtergefallen. Hey, ich hab doch gerade deinen Namen. Du bist über mir. Genau über mir. Guck mal bei mir. Alter, toll. Wow. Ja. Nein. Fuck. Na, endlich mal zurückgeschlagen. Ja. Fuck it. Fuck Gott. Ich werde mich rächen, Kollege. Ich werde mich rächen. Da... Da kannst du von ausgehen. Meine Nase juckt. Äh, die ausreden wieder. Wo bist du denn? Hier, küsst du Pokémon von mir. Oh, scheiße. Noch nicht. Doch, da. Ja, komm, da rein. Oh, du ein Schaf. Was ein Scheiß. Ich dachte, ich könnte dich jetzt voll bashen mit dem Vieh, was da rauskommt. Also, findest du immer die geilen Sachen? Und dann kommt da... Mäh. 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 Ich bin grad an dir vorbeigeflogen. Ne, hier bleib ich bestimmt nicht stehen. Hier hast du mich grad besiegt. Ich hab schon mal gerade runtergehauen. Ja, bleib ruhig da. Hallo, wo bist du? Ist übrigens auch zeitlich begrenzt. Ja. In 365 Sekunden endet das Spiel. Ach, echt? Ist das dein Name? Ja, wirklich. Da oben bist du. Ja, sechs. Hier steht's. Ach so. Ja, passt. In sechs Minuten. Koller, da kommst du mal bei mir. Hä, Junge? Wie bist du denn? Was machst du? Er rennt die ganze Zeit nur weg. War gar nicht. Pussy. Guck her. Ah, verdammt. Was? Wo bist du? Hä? Vorher warst du weg. Willst du mich verarschen? Ja, also, ich cheate. Oh. Ich seh dich nie. Was machst du denn da? Sind wir auf einmal weg? Alter. Du redest gar nicht. Ja, ich muss mich hier... Hä, was? Komm, unterhalte deinen Zuschauer. Indem du ins Loch fällst. Boah, Alter. Ja, ja, ja. Hab ich gewonnen. Was gerettet? Hä, wo bist du denn hin? Da konntest du dich doch gar nicht retten. Da ist doch nur ein Loch. Alter, gestorben, weil die Kugel so übel spät. Alter. Ey, das war jetzt so lächerlich. Das ist so verbuggt. Ich bin gestorben, weil die Kugel einfach ins Nichts ging. Mein Endeauge. Okay. Und ich bin ja dann weitergegangen. Und ja, und dann sowas. Aber warum wollen wir versuchen, das in einem Part zu machen? Sowas. Wir können es auch gerne in einem Part machen. Machen wir jetzt noch eine Map. Falls ich gewinne, ist es eh vorbei. Das werden wir dann sehen. Ja, komm, du kannst doch mal zeigen, was du drauf hast, Freundchen. So, ihr könnt mir übrigens auch mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, gegen wen ich noch spielen soll. Ich kenne ja schon ein paar so Leute, gegen die ich Superjump gemacht habe, zum Beispiel. Hallo? Hallo, Sir. Welche Map nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen auf der anderen Seite mal was. Ja, ich kenne die alle nicht. Du auch nicht, oder? Doch, ein bisschen. Nehmen wir Arena, komm, hier, Arena. Ja, auf der anderen Seite. Arena, Arena. Ich habe auf der anderen Seite des Berettes geguckt. In 29 Sekunden geht es los. Möchtest du noch etwas loswerden an deine Zuschauer? Möchtest du ihnen irgendwas mitteilen? Ja, ich werde Cody jetzt fertig machen. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher da, was du sagst? Yes. Ja. Okay. Also ich werde das immer so machen, wenn das echt sehr schnell vorbeigeht, dann mache ich das in einer Folge mit den Leuten aus. Wenn ein Match zum Beispiel mal zwölf Minuten dauert, dann machen wir halt mehrere Folgen da draus. Ich denke mal, es wird euch nicht großartig stören, ob das jetzt eine Folge ist oder mehrere. Boah, ich glaube. Hoffe ich einfach mal. Verrecke. Ach. Weißt du, was ich habe? Vorne habe ich dir eine Kugel hingeworfen. Die kannst du gerne haben. Ne, will ich. Nein, warte. Doch, da. Geh mal da rein. Nein! Nein! Alter. Nein! Ja, geil. Ah, fuck. Wir beide sind einfach gestorben. Junge, ich war außerhalb der Map. Ja, ja. Ich bin auch rausgeflogen. Was war es für eine scheiß Kugel? Ja, so eine Granate. So eine Singularity-Granate oder so. Irgendwie so heißt sie. Richtig heftig, das Teil. Richtig krass. Ah! Haha, verarscht. Hahaha. Ich habe einfach vor dir ab. Alter! Fallhalter rein. Junge, bleckt. Ist da nicht irgendwo ein cooles Item? Oh ja, ich habe ein Schwert. Wie lange du da oben immer rumfliegst. Aua. Hey, warum treffe ich dich nicht? Wollte ich nicht? Also ich treffe dich. Ah, endlich. Oho, einmal getroffen. Alter. Bleib doch. Beste Item ever. Pass auf. Und? Wo bist du? Aha. Komm her. Hä? Hä? Ich bin, äh, Lava-Brush. Äh, der lag das bei dir auch so. Wahrscheinlich nicht. Sonst würdest du nicht so gut sein. So wie normal halt, ne? Diese Standard-Lags hierbei. Ich habe diese Standard-Lags. Triffst mich, du? Oh, ein Diaschwert. Geil. Alter. Erstmal finde ich hier einen Rocket Launcher und dann sowas. Ich stadt geil, Leute. Ich stadt geil. Das ist immer so hektisch, dieses Spiel. Ich weiß auch nicht. Ich drehe mich immer so richtig schnell und so. Hä? Ich treffe dich nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Die ganze Zeit. Oh, Alter. Okay, das hat jetzt gesessen. Komm her. Hä? Hä? Was? Ich hau nicht, aber es passiert nichts. Hä? Ja, das meine ich ja, dass das so... Hä, was ist das für ein Scheiß? Ah, oh. Ich hatte dann ein Pocket. Genau. Alter. Mein kaputt. Gut, dass das Vieh mich angreift. Hat dich eingeeist. Nein. Alter, warum treffe ich dich denn nicht? Du bist ein Geist gewesen. Cool, ne? Nein, Schneeball. Er hat einen Schneeball. Hilfe. Oh, das hat mich jemand angezündet. Verdammte scheiße. Verdammte scheiße. Verdammte scheiße. Komm her, Kollege. Alter. Müssen wir vielleicht gleich mal in der anderen Lung. Obwohl, gleich ist ja von vorbei. Oh, scheiße. Vielleicht. Ist es gleich vorbei. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich gewinne. Where are you? Hä? Wie weit du immer fliegst? Komm her, Kollege. Und red da ein bisschen mehr. Du bist doch mega schlussend. Ich meine, du bist jetzt auch nicht lauter. Doch klar. Ich bin die ganze Zeit am rumschreien und sag Kollege und Pipi und Arsch und verpissig. Wow. Alter, was war das denn? Das hat deine Granate die Drain geworfen, was? Pfff. Alter, das ist so lächerlich. Wie weit du weggeflogen bist. Das hat so viele Bugs. Eigentlich läuft das auch besser. Normalerweise. Match verloren wegen dem Driss. Willst du ein Rematch? Ja, wenn es nicht so buggt, dann gerne. Okay. Freunde. Das Match habe ich gewonnen. Euer Captain Cody sagt bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Willst du noch was sagen? Ähm, ja. Nein. Naja, es hat mir viel Spaß gemacht, war eine interessante Erfahrung und ich hoffe, dass das nicht so stark laggt, weil sonst, finde ich, macht es es fast unspielbar. Naja, meine Ansicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.